Jetzt habe ich natürlich gedacht, ich kann mir ab und zu mal Bastis Tesla ausleiten, wenn es denn sein muss. Das Problem ist nicht der Tesla, das Problem ist der Hyundai. Ja, vorgestern früh, die Frau verlässt das Haus, beginne mit dem Kind irgendwie Frühstückszeremonien einzuleiten. Dann klingelt mein Handy und die Frau ruft an. Und dann sehe ich bei uns auf der Küchenarbeitsplatte steht noch ein Kaffeebecher. Und ich denke mir, ja, sie ruft an, ob ich hier kurz den Kaffeebecher runterbringen kann. Und gehe gut gelaunt aufs Telefon. Ja, hast du deinen Kaffee voll? Der scheiß Zürich! 12 Volt Batterien waren wieder leer beim Ioniq 5. Gut, dass sich diese Warn-App rechtzeitig darauf hingewiesen hat. Wieder das alte Problem. Ich benutze dieses Auto nicht und ich habe bei ihr diese Warn-App nicht installiert. Wäre aber auch nicht so, hätte nicht funktioniert an der Stelle. Weil wir wissen ja, der zeichnet auch historische Daten auf dieser Battery-Check. Und wir haben dieses Auto am Abend abgestellt. Und nachts sind wir relativ wenig rumgefahren mit diesem Fahrzeug. Sondern haben da geschlafen in der Nacht im Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer ist nicht direkt beim Auto. Bedeutet also, unsere Telefone haben ordentlich mitbekommen, dass sich über Nacht einfach diese 12 Volt Batterie von 96% auf 0% leer gesaugt hat von selbst. Und es ist einfach der völlige Hit. Und ich sehe jetzt schon wieder, wie sich diese Kiste einfach... Und es hat plötzlich angefangen. Das geht immer so ein bisschen hoch und runter. Und dann säuft der mal auf 70% ab. State of Charge in der 12 Volt Batterie, das ist nicht geil. Aber das ist okay. Das machen andere auch. Und dann plötzlich, von jetzt auf gleich, säuft es wieder vollkommen auf 0 ab. Und es ist reproduzierbar. Ich verliere in 30 Minuten 8% Charge. Das kann man sich hochrechnen, wie lange das dann dauert, bis man dann den Akku ganz leer hat. Das ist schon krass. Und ich bin halt echt so ein bisschen ratlos. Und das habe ich dann wieder halt komplett aufgeladen. Und jetzt hängt das Fahrzeug halt immer... Im Moment, wo ich es an Typ 2 anhänge und an die Wallbox anhänge, lädt der auch vom Hochvolt-System den 12 Volt Akku. Aber nicht, wenn er nicht angeschlossen ist. Und das, obwohl der Akku halt bei 75% stand. Also das ist der Hochvolt-Akku. Es ist super nervig. Ich bin jetzt nächste Woche mal wieder beim Händler. Die sind wahrscheinlich weiterhin ratlos. Ist mir egal. Die sollen das bitte reparieren. Ich kann noch viel weniger dafür als der Händler. Und Herr Michael meinte auch, dass er das ja selber hatte. Seitdem er eine neue Batterie hatte, ist alles fein. Die 12 Volt Batterie. Die 12 Volt Batterie. Aber das war eine neue, oder? Was haben die nämlich das letzte Mal genau gemacht? Sie haben die Batterie durchgetestet. Und der Tester hat gesagt, die ist gut. Die haben sie dann auch nicht gewechselt. Nee, haben sie auch nicht gewechselt, haben den Sensor getauscht, haben meinen Sensor an eine andere Stelle gehängt. Dass der halt nicht, dass der Batteriesensor mitbekommt, den Strom mitbekommt, den meinen Batteriewächter zieht, der einfach nicht relevant ist. Also wirklich null. Vielleicht ist der Batteriewächter schuld. Nee, der saugt einfach konstant alles leer. Genau, das wäre sehr lustig. Ohne dich zu warnen. Weil ich habe mir den Batteriewächter installiert, nachdem das das erste Mal passiert ist. Weil ich gesagt habe, ich würde gerne vorher mitbekommen, dass der sich entleert. Also ist es vermutlich nicht. Die Dashcam ist schon seit Monaten nicht mehr angeschlossen. Ich habe die kurz angeschlossen gehabt und dann irgendwann wieder abgesteckt, weil ich sicher gehen wollte, dass es nicht an der liegt. Und sonst ist da halt kein Consumer dran, der dauerhaft Strom zieht. Ich verstehe es nicht. Also zumindest keiner, den ich beeinflussen kann. Wahrscheinlich ist da schon keiner dran. Es ist auf jeden Fall ein belebtes Problem. Ich habe auch so ein bisschen nachgelesen und YouTube angeschaut. Und es gibt viele Theorien, was da schief ist und was man da tauschen muss. Und dann gibt es Dokumente von Hyundai USA, wo drinsteht, was man da tauschen muss und dass das wohl falsch gemacht worden ist. Und dann gibt es einen alten Rückruf von Hyundai Korea, wo das in frühen Modellen war irgendwas faul. Und da ist einfach grundsätzlich irgendwie was faul. Und nicht nur bei deinem, sondern bei allen von diesen Autos, das 12-Volt-System ist halt mehr. Das ist schon super. Weil eigentlich möchte man glauben, dass das ein gelöstes Problem ist. Ja, 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 ja. Und da kommt ja nur noch dazu, dass du im Vergleich zu den ganzen Verbrennern irgendwo eine sehr, sehr große Batterie hast, die eigentlich immer in der Lage ist, mal schnell noch diese 12-Volt-Batterie voll zu machen. Egal, wie wenig noch in der großen Batterie ist. Aber mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Aber sag mal, der Tesla hat auch eine 12-Volt-Batterie oder was? Ja, die ist immer voll. Das ist das gleiche System, oder? Mit dem hatte ich noch nie ein Problem. Ich wüsste nicht mehr, wie ich an die 12-Volt-Batterie bei dem rankomme, weil ich sie nie brauchte, wie ich inzwischen bei Mayonic an die drankomme. Das kann ich mit verbundenen Augen machen. Da weiß ich ganz genau, an welchen Stellen ich wie ziehen muss und welche Klappen ich wo noch aufmachen muss. Bei einem Tesla, kein Schimmer. Ja, ich habe mir das mal angeschaut beim Tesla. Die haben ja dann irgendwann, du hast wahrscheinlich noch diese richtige normale 12-Volt-Batterie drin. Und dann haben sie irgendwann gewechselt bei den Model 3s und Model Ys auf eine 16-Volt-Lithium-Batterie. Die ist kleiner und hat auch noch ein bisschen Management oben drauf. Und das ist so, die sollte tatsächlich wahrscheinlich, wenn da nichts schief geht, nie kaputt gehen. Ja, also irgendwann, die ist halt auch nicht irgendwie aus den gefühlt 30er Jahren, sondern das kennen sie. Die Batterietechnik ist sonst auch sehr erprobt, von daher, ja. Ja, also das ist halt auch so, der Hyundai, der würde bei mir theoretisch auch auf der Liste von potenziellen Modellen stehen. Ist mir so ein Tick zu teuer eigentlich. Ja, also auch so, hm, weiß nicht. Und dann, was hast du halt erzählt? Dass er dich voll nervt und dass er halt die ganze Zeit nicht anspringt. Äh, sind wir ehrlich, natürlich, ich bin, was offensichtlich, was Autos angeht, literally scheiße, mir das. Das ist wirklich einfach, ja. Aber das geht ja jetzt nicht, das ist ja Victim-Blaming. Also das kann ja irgendwie nicht sein. Ich meine, auch wenn du dich selbst damit blamest. Das ist ja nicht zulässig. Aber, also offensichtlich ist es hier einfach so, dass ich, was ich anfasse, muss einfach in virtuellen Flammen aufgehen. Ähm, ja. Ja, so ist es halt. Funky Cat wäre auch sofort lieferbar. Ich frage mich, wieso. Ja, nimm doch eine. Äh, die heißen jetzt dann noch anders. Die heißen Namen haben sie, haben sie direkt eingestampft. Ist dann aufgefallen, dass das ein schlechter Name ist. Das hätte ich mir auch vorher aber niemand sagen können. Das musste man erst mal testen. Äh, äh, ich hab letztens erst bemerkt und erstaunlicherweise auch doch dann die Kiste auch mal auf der Straße gesehen, dass Hyundai auch so einen irren Van hat. Und, also nicht als Elektro. Staria. Ja, ja. Der aber einfach aussieht wie so eine seltsame. Den würde ich elektrisch sofort nehmen. Der sieht völlig wild aus. Der sieht ernsthaft wild aus, weil der sieht einfach aus wie so eine Pappschachtel, wo jemand irgendwie so eine Art Weltraumdesign vorne dran. Ja, der ist so ein bisschen wie so ein Ioniq 5, den man so aufgeblasen hat, dass er überall rund wird. Das ist wirklich ein lustiges, sehr lustiges Auto. Aber ich dachte dann, dass der elektrisch wäre. Ich dachte ich auch. Aber der war sehr enttäuscht, als ich nachgeschaut. Eine Antriebsart ist irgendwie so ein Diesel. Genau. Das kann ja irgendwie nicht sein. Weil der sieht einfach so aus, wie ich mir heute ein E-Van vorstellt habe. Ich hab den neulich nur von hinten gesehen und hab gedacht, was ist das denn? Ja, ja. Der hat den Schweizer Kennzeichen und ich hab gedacht, den verkaufen sie hier nicht, oder? Ja, nur die Schweizer. Voll gut. Ja, aber ist komisch. Also keine, hast du auch keine, ich glaub du hast auch gerade beim Motor überhaupt keine Wahl. Es gibt nur diese eine Diesel oder es gab nur ein oder zwei Varianten. Es gibt auf jeden Fall nur einen Verbrenner da drin. Ich hab den schon mal begutachtet, weil ich das für spannend empfunden hab. Und dann gibt's natürlich noch eine Handvoll von Autos, die gibt's einfach wirklich noch nicht als sinnvolles Elektromodell. Zum Beispiel so ein Sprinter. Hm? Zum Beispiel. Ja. Hm. Ja. Ja. Ne? Also, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht kann man sich so einen gebrauchten Moja kaufen. Aus Hamburg. Moja? Diese Taxi-Flotte, die auch nur so aus elektrischen Vans besteht. Na, ich hab hier einen Amazon Rivian EDV, hab ich hier gesehen. Den würd ich nehmen. Ja. Aber den gibt's nicht zu kaufen. Ja, das ist blöd. Das ist, äh, schade. Gut. Schauen wir mal, wie das mit den, mit den Fahrzeugen hier weitergeht. Ja.